das ist wirklich ein sehr sehr schönes spiel du musst hier jagen gehen du musst quest erfüllen zu den ganzen sachen kommt man tatsächlich also ich zumindest nicht wirklich von daher lasst dich davon nicht irritieren du musst hier quest muss nicht du kannst die quest erledigen du kannst dir wie gesagt du musst auf jagd gehen und 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 man kann auch zum lernen jetzt auch alle bedürfnisse ausschalten stimmt ja ihr wart ja alle zum anfang des spiels nicht da ich wollte mich wusste ja nicht irgendwie konnte man auch nur einstellen wie viele tage die jahreszeit haben kann und so weiter zumindest habe ich das gelesen im endeffekt habe ich dann einfach weiter so gestartet wie es jetzt angefangen habe weil ich schätze mal das kann man erst einstellen wenn man wieder neu anfängt im laufenden spiel ist das glaube ich nicht möglich zu ändern oder du spielst mit vier tage habe ich mir schon gedacht ja das ist das was sie eigentlich wissen wollte habe ich mir schon gedacht dass ich jetzt echt nichts mehr machen konnte wenn man im laufenden spiel ist aber ganz ehrlich neu anfangen möchte ich auch nicht allein diese wolfs quest war schon nicht von schlechten eltern alter wie viel steine und ich bin voll heute ich bin doch schon voll mensch hallo mike der eine tag macht viel aus das habe ich mir schon gedacht das habe ich mir schon gedacht dass der eine tag viel ausmacht deswegen ich habe hatte tatsächlich auch schon überlegt aber noch mal neu anfangen wie gesagt drei stunden in der woche ist jetzt echt nicht viel von daher das brennholz ist im übrigen enorm runter gegangen wollte ich nun mal gesagt haben also das 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 gleich wenn denn mach ich's gleich aber du weißt was ich vorher habe wir haben noch ein ganzes Haus zu bedachen Minimum Holzschuppen 2 weiß ich gar nicht ob ich den hab guck ich gleich mal ich glaube eher nicht ich glaube eher nicht wir brauchen Bretter muss morgen wieder zum Arzt habe immer noch Probleme mit meiner Muskelentzündung undemokratisch eingeklemmten Nerv ach man 40 Brennholz herstellen dauert nicht lange das stimmt oder nehme ich mir aber hier ein grande Holz 20 erst mal 10 ja und furchtbar anstrengend lieber Michi furchtbar anstrengend achso ich muss noch meinen Manneken umsetzen irgendwer hat jetzt hier kein Heim warum sagt mir das keiner irgendwer hat kein Haus Management Gebäude wir haben hier ein leerstehender wir haben zwei leerstehende Häuser ich weiß nur nicht an welchem ich jetzt gerade baue an zwei arbeite ich ich glaube drei können wir besetzen ne f Pech dazu weisen f Galigur siehste weil wir dir Böses wollen siehst du siehst du genau das ist der Grund und ich wusste es schon immer Brennholz Bretter oh und Rundholz können wir das Dach ja noch weitermachen also langsam bin ich dann aber auch wirklich durch mit dem ganzen Kram ich bin froh wenn ich das verbessert habe ich hoffe dass ich jetzt den richtigen nehme dass ich nicht den richtigen zugewiesen habe wir werden es erleben wenn wieder eine Dings los ist Arbeitslos ist Obdachlos ist was mich so nervt ist wirklich dass wir für die Bretter da hoch gehen müssen können wir die Bretter wirklich nicht hier machen das ist so ein bisschen das nervige dabei dass wir die Bretter nicht hier drinnen machen können die Wände müssen noch gemacht werden ich weiß mein Lieber ich weiß aber wenn ich nicht genug genug Stein habe dann brauche ich die Wände gar nicht erst anzufangen denn 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 schauen wir mal Steine haben wir 137 geht ja eigentlich ne geht ja eigentlich dann können wir dem ja noch Bretter machen lassen während wir die Wände machen ach Menno ach Menno ach Menno nehmen wir mal 10 so können wir zwar nicht viel Stein mitnehmen warte mal was haben wir hier denn noch drin das hier kann raus Stöcker kann raus Pelz kommt vorn raus Kalkstein kann raus dann können wir hier noch ein bisschen Steine mitnehmen ein bisschen Steine ist gut 15 Kilo 15 Kilo ich habe ein bis zwei Steinchen gefunden aber gerade so ne ich baue das Ding weiter unten auf ja ich habe überlegt wenn ich den Holzschuppen 2 oder so machen kann Bauen E Wand Stein Bauen Wand Stein wie was war knapp ein bis zwei Steinchen gefunden hallo I think I spider 30 Kilo können wir nicht 20 Kilo können wir höchstens und schon sind wir wieder voll ja ich möchte aber auch dass das jetzt hier endlich fertig wird ne 3 und mein Hammer geht gleich kaputt warum sagt mir das keiner ähm Stein Schlechtwand weg Bauen Wand Steinwand 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 Das ist auch wirklich ein bisschen wie soll ich das sagen anstrengend anstrengend ähm cool das das wird schwer kurz vorm verdursten halb verhungert aber ein Baby haben wir schon gezeugt also noch nicht aber bald sagt die mir von sich aus dass die schwanger ist oder so oder ist das jetzt einfach nur beschlossene Sache und ich muss jetzt damit umgehen quasi man kann die Spielstände auch austauschen und kann dir meinen schicken dann brauchst du nicht mehr so viel aufwerfen ja nee ich will ja schon weitermachen also das ist jetzt so das möchte ich schon äh Tür Steintür ich muss sie noch dreimal Küken küssen damit sie schwanger wird meinst du nicht dass du ein bisschen viel von mir verlangst äh Fenster Steinfenster hast du die Frage nach Kind gestellt ja 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 hab ich sie hat sie möchte sich sie kann sich das vorstellen hat sie gesagt hat sie hat sie mhm ja ja also ich bin jetzt ich hab sie wohnt jetzt bei mir und ich hab sie nach dem Kind gefragt sie ist nun schwanger in neun Monaten ist die Mutter für zwei Jahre ja ich brauch also ne neue Jägerin tatsächlich ja wer hätte es gedacht ähm sind wir hier ja hier sind wir richtig so kaputt machen die Flechtwand und aufstellen und bearbeiten denn wir wollen eine ganze Wand aus Steine erst wenn das Kind da ist macht sie zwei Jahre nichts vorher noch nicht das ist gut zu wissen fünf Steine also so lange jagt sie noch das ist ähm so lange habe ich Zeit eine neue neuen Jägerin einzustellen o neun monate war damals so echt andreas da wäre ja gar nicht hintergekommen mensch jetzt hast du mich aber echt oh man jetzt hast mich richtig auf den falschen fuß erwischt früher war man auch neun monate schwanger oh leute wir brauchen nur noch zwölf bretter das ist jetzt nicht den ihr ernst um dieses haus fertig zu kriegen oder vier bretter haben wir wir sind hier zwei stein es fehlen uns sechs bretter ehrlich jetzt auch menno guck mal jetzt gucke ich nach steine hier sind wieder keine mehr da hier du ich bin kurz vorm verdursten zwei rundholzer nur dein ernst es gab doch nicht nur zwei rundholzer nur acht tage wäre ja richtig gut die schwangerschaft würde ich auch nehmen glaubst du mal die schwangerschaft würde ich auch nehmen acht tage so bretter ach man hier ist wieder eins genommen ob ich das irgendwann mal lerne weiß ich auch noch nicht so genau das zum thema ich wollte ja endlich mal fertig werden und questen nächste jahreszeit ist es schon soweit dass wir schon wieder steuern bezahlen müssen aber wir sind verheiratet und wir haben ein kind geredet was soll ich dazu sagen das hat uns jetzt nicht wirklich satt gemacht geradet geradet genau geradet haben wir das mit ai der raid war perfekt aber wenn ich jeden stock den ich finden würde aufheben würde ne ich würde nie nach hause kommen nie im leben nicht also das mal wie wir sind wir sind jetzt und Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt noch brauchte. Zwei? Ich weiß es nicht. Wollfadenlederstock. Für eine Laterne. Okay. Siehste, siehste, den Kaktus in der Wüste. Da, letztes Haus. Die Laterne dauert noch. Ja, vermutlich. Gehe ich mal von aus. Also da habe ich mich jetzt auch irgendwie gar nicht irgendwie... Wollte halt nur mal gucken, was da so... Ne? Ne? Standfackel. Ja, aber warte mal. Fackel. Apropos Fackel. Ich muss ja wieder eine neue haben, ne? Oder hatte ich mir schon eine gecraftet? Nö, hatte ich nicht. Äh, craft. Stroh und Stock, siehste. Die Kleine reicht ja für die Hand. Äh, Stroh. Die Laternen sind teuer. Unbedingt scharfe, sobald es möglich wird. Ja. Wir müssen tatsächlich mal mit der Stelle anfangen, ne? Oh, ich will tatsächlich auch irgendwann mal anfangen mit... Ähm... Tatsächlich mal anfangen mit Questen oder sowas, ne? So, das Haus ist jetzt tatsächlich fertig. Ich habe es geschafft. Jetzt fehlt ja überall nur noch entweder Lehmbewurf drauf oder... Wir kriegen ein Problem. Aber ich denke mal, das sehen wir, ähm... Nächste Woche. Ihr Lieben. Achso, ich sollte vielleicht nochmal was essen, bevor ich jetzt hier... Ach, diese... Blöde. Äh, dicke Suppe. Nehmen wir mal diese. Als Federvieh würde ich nur Gänse nehmen. So, ihr Lieben. Ich denke mal, das war's für heute. Wir haben einiges geschafft. Hier, unsere Wusen, unsere Zugmunter. Ey, Schatz, wo bist du? Schon wieder abgehauen, die Olle. Ist Nacht. Hängt die jetzt in der Taverne rum, oder wat? Ey, du hast ein Kind in deinem Herzen. Hast du nicht in der Taverne rumzuhängen. Mit wem betrügst du mich? Mit Koroman. Dein Ernst? Hallo, Schatz. Hat sich ausgestattet. Weißt du, sie sagt, hallo Schatz, aber verschränkt die Arme vor den Bauch. Oder vor der Brust. Alles klar. Ja, geh mal, lieber mein Freund. Das ist meine Braut. Gut, wir speichern hier ab. Ganz regulär. Speichern. Und dann seht ihr mal, wie wir hier wieder gesprungen sind. Hier war noch die 0,1,1,5. Dann sind wir schon darauf gesprungen. Dann sind wir von der 0,1,2,4 auf die 0,2,0,2. Also ihr seht mal, welche Sprünge wir machen. Dadurch, dass wir nur drei Stunden in der Woche streamen. Ist schon krass. Ist wirklich schon krass. Das ist wirklich schon krass. Dann sind wir von der 0,1,2,0,2,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0.